Die Wahlen sind auf jeden Fall gut, weil der Präsident dann demokratisch legitimiert ist. Dann kann auch Russland nicht mehr sagen, dieser Präsident ist nicht gewählt. Dann kann auch Russland nicht mehr sagen, dieser Präsident ist nicht gewählt. Dann kann auch Russland nicht mehr sagen, dieser Präsident ist nicht gewählt.